Und probieren wir es halt noch mal. Es ist so ein Arscherspiel, ihr kriegt einen Anfall leider. Was muss man bei diesem verfickten Auto einstellen, dass diese Schleuder auch Kurven fährt und nicht nur geradeaus und nicht wild durch die Gegend rutscht. Hat gesagt, früher hast du Must Wanted gespielt, was weiß ich was. Das Auto ist gefahren, du bist nicht angeeckt, hat gelenkt, du das. Nein, jetzt als musst du vorher, war ja, was weiß ich, irgendein Tier opfern, dass du lenken kannst. Und dann sage ich jetzt, oh, mögen die Götter mit dir sein. Meine Güte, ist das ein Scheißspiel, ey, du. Bin froh, wenn ich dieses verfickte Rennen dabei fertig habe. Eldies Challenge, Finale, 15. Rennen. Und dieses Drecksauto fährt bloß geradeaus oder klatscht überall dagegen oder irgendwelche imaginären Kanten. Ich krieg gleich so einen Anfall. Und wer macht bitte ein Rennen über, was weiß ich, wie lange ist denn das Scheißteil? 26 Kilometer oder sowas. Ja, halt dein Maul und jetzt mal der gleiche schwule Text. Hier gibt gleich so einen Anfall. 25 Kilometer, das sind die Behinderte, das. Und deswegen jetzt keine Kurven fährt. Ja, genau, fassig. Was musst du machen, Lackens? Dass das Scheißauto auf Kuffen fährt. Fährt bloß geradeaus. Leck mich doch du am Arsch mit diesem verfickten Spiel, Heddo. Und die Huren Bullen, Heddo. Wahnsinn. Na, Lenk halt bitte, Lenk halt bitte. Ach, das ist so ein Arschloch-Auto, Heddo. Oh, nimm den Lamborghini. Nimm den Lamborghini, der ist gut. Am Arsch ist der gut. Oh, das ist so ein Arschloch-Spiel, Heddo. Und fahren, uh, er hat 1000 PS und kommt zu einer geschiffenen Reisschüsseln jetzt hinterher. Nein, Gott, Heddo. Oh, 260. 270, 280, 92. Und der Dazun ist immer noch vor mir. Dazun. Hey, Gitta. Das Ding fährt bloß geradeaus. Was muss man bitte einstellen? Das Ding, dass du mich mal am Arschloch decken kannst mit diesem Scheißspiel, Heddo. Wahnsinn. Das wird so hochklart, wie es ist, Heddo. Sollen sie mich nie wurscht, Hedgetzer. Dreckspiel. Ich will kopf. Du bist eine Schüscher. Danke. Vielen Dank.